Ein Augenarzt, ein HNO-Arzt, ein Urologe und ein Gynäkologe treffen sich nach einem langen Arbeitstag in ihrer Stammkneipe, um den Tag ausklingen zu lassen. Sie trinken ein paar Bierchen, erzählen sich alte Geschichten, amüsieren sich zusammen und als es Zeit, wird sich zu verabschieden. Steht zuerst der Augenarzt auf, richtet seine Brille und sagt, ich gehe nach Hause, wir sehen uns. Kurz darauf erhebt sich der HNO-Arzt, tippt sich auf die Ohren und sagt, wir hören voneinander. Danach steht der Urologe auf, zieht seine Jacke an und sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich verpisse mich. Zum Schluss steht der Gynäkologe auf, lächelt verschmitzt und sagt, grüßt mir eure Frauen, ich schaue wieder rein. Was hat eigentlich ein Waisenkind und eine geklaute Uhr gemeinsam? Beide werden von einem Fremden aufgezogen. Folge mir, um keine Witze mehr zu verpassen und mach das Herz rot.